Dosenmais, Erbse und olle Kartoffeln. Wir machen heute keinen Eintopf, wir gehen angeln. Also Attacke Vollgas, raus hier aus der alten Festung. Wir schnappen uns ein paar geile Basisköder allen und ziehen mal ein paar Brocken raus, wenn wir denn schon ein einigermaßen vernünftiges Setup haben. Heben heißt im Idealfall 10 Kilo Plus. Kann man sich an der alten Festung natürlich ganz gut auch gerne mal auf Karpfen und ähnliches begeben. Vorher würde ich das lassen, Alden, denn dein Setup wird einfach komplett zerfetzt. Nicht, dass es direkt kaputt geht, aber Verschleiß bis zum Erbrechen. Eine der entspanntesten Stellen seit Wochen und Monaten, kann man sagen, ist hier. Von der Position her sensationell fürs Hechtangeln, fürs Amurangeln, fürs Karpfenangeln, fürs Schleienangeln, gerne auch mal fürs Aalangeln. Also einer der geilsten Spots, kann man wirklich sagen, an der alten Festung. 21,67 Meter direkt da oben in der Ecke lohnt sich. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal eher ein bisschen nah am Ufer, zum anderen ein bisschen weiter draußen. Ich würde sagen, so ungefähr 17 Meter weiter draußen und um die 10 bis 12 Meter weiter hier vorne am Ufer. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Temperatur. Wir haben es gerade fast 22 Grad, also recht warm. Ich angel heute etwas Ufer näher, denn da hoffe ich auf Amur und Co. Also vom Setup her bin ich relativ simpel zusammengebaut. Hier habe ich jetzt mal ein Setup mit einer gesamten Tragfähigkeit, eigentlich so von ungefähr 13 Kilo. Mehr ist das jetzt nicht. Viererhaken Erbse, keinerlei Futter mische und ähnliches drin. Wir ballern allerdings doch mal, machen wir mal hier so auf 10 Meter. Einfach hier vorne entspannt hin und passt. Da haben wir die Erbse draußen. Dann haben wir hier das Maiskorn. Hier bin ich noch auf 12,5 Kilo ausgelegt mit Viererhaken Maiskorn. Das ist 12,5 Kilo monophile Schnur. Für so karpfenartige Fische reicht das in der Regel. Es ist eine ziemlich verschlonzte Area. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend ein Vorfach. Es sind ungefähr 250 Meter hier auf der Rolle drauf. Reicht auch hier ufernah. Denn auch da hoffe ich so ein bisschen auf die Amure. Jetzt bei den Temperaturen. Jetzt wäre natürlich die Kartoffel tatsächlich auch nochmal eine Möglichkeit. Oder bei den Temperaturen. Man könnte natürlich auch was Süßes nehmen. Wir könnten einfach den Maisbrei nehmen. Wir könnten den Honigteig natürlich absolut nehmen, wenn man es schon herstellen kann. Erbsenbrei wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber so als Idee für Amour Käse könnte man nehmen. Einfach so von den Basics. Gar nicht so kompliziert denken. Wie aber gerade schon angekündigt, fangen wir mal erstmal mit der Kartoffel an. Ist halt ein großer Klassiker. Einserhaken, Kartoffel. Auch den ballern wir mal nur hier so auf circa 10 Meter rein. Zack. Absinken lassen, zumachen. Fertig. So. Und jetzt geht es eigentlich los. Mal ein bisschen stramm ziehen. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Warten. Und gucken. Was passiert denn jetzt eigentlich? Welcher dieser drei Köder liefert? Wo ist die erste Action sozusagen? Also warten und gucken. Wenn nichts funktioniert. Mit gar keinem Köder. Guck mal da, die Kartoffel reagiert sofort. Weiter auswerfen. Andere Positionen finden. Und dann einfach gucken, an welcher Stelle steht denn der Fisch. Denn jetzt einfach mit dreierlei verschiedenen Ködern die ganze Zeit zu sitzen und es passiert gar nichts. Das macht halt keinen Sinn. Man muss reagieren. Wenn halt nichts geht, dann reagieren, etwas ändern, andere Köder oder anderen Spot. Gucken wir mal, was gleich reingeht. Wenn jetzt hier die beiden die ganze Zeit auch gar nichts liefern, könnte ich natürlich dann einfach jetzt auf eine Kartoffel umändern. Zack. Erbse reagiert schon. Mais. Ist noch nicht so richtig da. Aber kann halt alles noch kommen. Vom Zuppelverhalten sieht das hier schon ziemlich nach Amur aus. Der schlägt halt mehrfach gerne rein. So. Und da haben wir auch schon einen kleinen Amur. 2, noch was Kilo. Passt. Schmeckt. Kann man entspannt rausziehen hier mit so einem Alpha-Setup. Dann lübt das schon. Alpha, HSV, alles so in der Art. Lübt. Rotauge. Klar. Kann immer passieren. Die kleinen Weißfische können halt immer mit reinballern. Ist aber im Großen und Ganzen ja nicht schlimm. Man hat ja immer wieder auch Kaffeeaufträge für solche Viecher. So. Und jetzt gucken wir aber auch erstmal, was passiert. Ich meine, es sind so langsam auch die Abendstunden. Das heißt, auch da wird sich gleich die Temperatur natürlich wieder ein bisschen ändern. Wir schauen natürlich auch immer rein, wie sieht es jetzt in den nächsten Tagen aus. Es wird ein bisschen kühler. Das heißt, wir haben durchaus die Chance, dass wir dann jetzt gleich oder in den nächsten Stunden, wenn es wirklich so kalt geworden ist, vor allem wenn es regnerisch geworden ist, dass dann da die grün und grasigen Köder eher funktionieren. Vielleicht ballert dann die grüne Erbse noch mehr rein. Durchaus möglich. Aber auf diese Situation muss man sich halt einstellen und auch da immer wieder rumprobieren. Heißt also nicht, okay, ich habe jetzt hier einen Spot. Ich habe gehört, da soll was gehen. Ich habe den Köder. Ich habe gehört, der soll gehen. Und dann reist ihr da hin. Und es geht nichts. Denn ihr habt nicht die gleiche Uhrzeit, ihr habt nicht das gleiche Wetter, ihr habt höchstwahrscheinlich auch vielleicht gar nicht die gleichen Skillpunkte, maybe. Oder noch nicht mal so hoch geskillt wie der, der da gerade ordentlich rausgezogen hat. Also diese Tipps und Tricks sind halt immer nur Anhaltspunkte, die ihr selbst verarbeiten müsst und umsetzen müsst. Heißt also, Informationen aufnehmen, welche Möglichkeiten habe ich, das umzusetzen, beziehungsweise was kann ich daraus lernen aus den Infos, wenn an der Stelle was geht. Was sind das für Köder? Wenn es da zum Beispiel hieß, Boily, irgendwas ins Fruchtige, kann man sich halt vorstellen, okay, das Fruchtige auch eher ein bisschen was Süßliches. Alles klar, ich probiere es mal einfach mal mit dem Honigteig. Bin vielleicht noch nicht so weit geskillt, habe noch nicht die Chance auf Boilies zu angeln oder, 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 oder. Also mal mit den Basics. Oder ich habe keine Kohle. Wenn man hier jeder, ich habe da was Gefangeninformationen hinterher rennt und sich jedes Mal das Setup hinterher kauft und jedes Mal die Boilies hinterher kauft, da kommt man auch nicht auf den grünen Zweig. Einfach mal mit den Basics angeln und gucken, dass man damit auch was rauszieht. So, jetzt haben wir hier schon seit einigen Minuten gar keine Reaktion mehr. Da werde ich schon langsam nervös, muss ich euch sagen. So ist es. Das mag ich nicht. Mais liefert bei mir die ganze Zeit gar nichts. Heißt also, Mais ändere ich jetzt als erstes. Die beiden anderen haben zumindest schon mal ein bisschen was reagiert. Da werfen wir es mal auf 17 Meter aus. So, dann gucken wir mal, wie der sich da hinten macht. Kartoffel auch noch. Erbse auch noch. Mit der Erbse, wie gesagt, da bin ich echt gespannt, wie das dann geht. Gerade wenn es ein bisschen regnerischer wird. Wäre halt echt interessant. Wobei auch die, weißt du was, die werfe ich auch nochmal weiter aus. Gucken wir mal, gehen wir mal in Richtung 17 Meter. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig weit, ne. So, zack. Da vorne ungefähr mittig. Und dann auch da einfach mal abwarten, was geht. Aber eben dieses Variieren ist halt wichtig. Wenn ihr hier mit der Pose unterwegs seid, auch da natürlich wieder von den Tiefen variieren. Also, ufernah, da ein bisschen in den Tiefen rumspielen. Wieder weiter rauswerfen. Auch da wieder ein bisschen rumspielen. Ihr habt natürlich hier jetzt keine super tiefen Stellen. Zum Teil auch nur einen halben Meter tief. Zum Teil aber auch hier ein bisschen tiefer. Ich sag mal, hier in dem Bereich so ungefähr einen Meter, einen Meter zwanzig von der Tiefe müsste ungefähr noch gehen. Aber man kann auch mal auf 30, 40 Zentimeter rumprobieren, wenn es halt besonders warm ist. Was ich bisher natürlich noch nicht gemacht habe, ist irgendeine Futtermische rauszuschmeißen. Denn ich weiß auch noch gar nicht, was hier ist. Wenn ich ja nicht weiß, was hier ist, weiß ich auch gar nicht, was ich anfüttern soll. Ich meine, ich könnte hier pauschal einfach mal eine Karpfenfuttermische reinschmeißen und gucken, was geht. Oder auf Schleie oder sowas. Aber nachher verscheuche ich irgendeinen anderen Fisch, der vielleicht viel stärker hier vertreten ist an der Stelle. Und am Ende versaue ich mir quasi dann einen viel stärkeren Spot, einen viel stärkeren Fisch, weil ich da einfach mal die Futtermische reingeschmissen habe. Keine Reaktion auch hier auf der Kartoffel. Auch das ist mir zeitlich jetzt hier schon wieder zu lang. Auch da ballern wir mal auf 17 Meter. Hier mal ein bisschen mehr in etwas anderen Winkel. So. Und auch da nochmal raus. Wenn das dann auch hier nichts bringt, dann weitergehen. Weitergehen, nächste Stelle, paar Meter weiterlaufen. Dann vielleicht mal hier vorne hinwerfen. Oder hier hinwerfen. In dem Bereich. Oder hier drüben hinwerfen. Also einfach dieses Abtasten von verschiedenen Regionen. Einfach sich so vorstellen, okay, das hier ist eine Area, also dieser Bereich. Oder hier hinten, das ist halt eine Area. Einfach gucken und so überlegen, wo könnten so Bereiche sein, was halt alles vielleicht zu so einer Area gehören könnte. Wir wissen es ja nicht so ganz genau, wie das alles aufgeteilt ist. In diesen Bereichen, in diesen Spots sozusagen. Aber wir haben halt ungefähr immer, ja, so Anhaltspunkte. Dass eben manche Bereiche eben quasi eine, ein Futtermischengebiet quasi jetzt abbilden. Oder man ist in dem Bereich. Auch hier übrigens eine sensationelle Stelle, wenn man mal so mit Basics angeln will. Einfach mal hier auch mit Würmern reinschmeißen. Kann auch sein, dass hier man Aal reingeht oder so. Also es gibt hier verschiedenste Stellen. Die man halt einfach testen muss. Da geht was auf Kartoffel. 17 Meter. Tendenziell Dorsone. In dem Bereich, ja. Und auch da die Erbse liefert. Und jetzt liefert auch Mais. Ich wollte gerade schon meckern über den Maisalden. Na, sehr schön. Wir lassen natürlich immer schön lange bimmeln. Und gehen erst dann an die Route ran, wenn sie richtig in die Knie gegangen ist. Das muss richtig schön quietschen in der Bremse. Dann, dann lübt der Lachs. Und hier geht er schon gleich in die Kurve. Den ist hier, jetzt schiebe ich ihn auf, oder? Zack. Okay. Jetzt ist er schön abgehauen. Was haben wir dran? Den kleinen Schuppi. Okay. Ich mach den Viererhaken mal ein bisschen größer. Wir machen mal den Einserhaken drauf. Einserhaken. Erbse. 17 Meter. Gebe ihm. So. Bisher noch gar keine Futtermische drin. Noch gar nichts drin. Da ist auch was dran. Ei, ei, ei. Okay. Die super kleinen Viecher. Mais liefert hier die ganze Zeit nur Kleinkram. Ich werf mal hier so halb, so ein bisschen ufernah wieder. Vielleicht gehen hier doch noch ein paar Schleien. Und hier gar kein Ergebnis. Also wieder abgehauen von der Kartoffel. Nicht mehr weiter dran rumgezuppelt. So. Ja, was wir jetzt machen können. Wir könnten uns natürlich eine Futtermische herstellen. Wenn man schon so weit geskillt ist, dass man sie herstellen kann. Dann natürlich standardmäßig vielleicht einfach diese Karpfenmische. Basis Erbse. Fliegenmade. Mais. Vanille. Klingt jetzt gar nicht so spektakulär. Und in meiner Vorstellung klingt das auch gar nicht so ganz nach dem, was wir hier gerade verwenden. Hm. Was verwenden wir denn? Wir haben Erbse. Wir haben Mais. Wir haben Kartoffel. Alles auf jeden Fall stärkehaltig. Stärke, also irgendwie Zucker, Süße, also auch ein bisschen was Süßliches. Erbse natürlich auch ein bisschen was Grasig oder ein bisschen leicht Grünliches. Heißt also, wir gucken mal, wenn wir doch hier was selber anpanschen können. Ähm. Und gucken, welche Mischen wir haben. Wir können natürlich, wenn wir eh mit Mais unterwegs sind, Mais nehmen. Wir können natürlich auch gemahlene Erbse nehmen. Aber natürlich auch sowas wie Weizenkleie kann man nehmen. Hat man nochmal so eine Eiweißkomponente auch mit dabei. Also solche Sachen kann man einfach nehmen. Oder man geht komplett in Richtung von Süßlich eher. Dann vielleicht eher noch ein bisschen in Richtung Biskuit und Co. auch durchaus eine Möglichkeit. Oder Grasiggrün. Dann vielleicht noch eher die Hanfsamen mit rein. Solche Sachen kann man auch nehmen. Also viel Variationsmöglichkeiten. Ich würde jetzt sagen, wir fangen mal an hier mit der Erbse. Als Basis. Dann nehmen wir Mais. Wo ist es? Da ist es. Mais gibt es ja auch noch als Zusatzkomponente. Kartoffel haben wir nicht. Kartoffel haben wir nicht. Aber wir können halt nochmal gucken, was es bei diesen ganz normalen Komponenten nochmal gibt. Es gibt Biskuit. Es gibt hier nochmal die Erbse. Die ballern wir nochmal rein. Dann haben wir hier weitere Komponenten. Was haben wir noch? Getrockneten Grill brauchen wir nicht. Fliegenmaden könnten wir nehmen. Würmer könnten wir natürlich nehmen. Muschel und Co. nicht. Biskuit, Kasta. Gucken wir einfach mal nur hier nach diesen Standardgeschichten. Leinsamen, Paniermehl, Nussmischung. Das sind glaube ich jetzt so alles die Standards. Und dann nochmal Zuckmückenlarve. Wir können allerdings auch hier die einfachen Lebensmittel verwenden. Auch das ist eine Möglichkeit. Zum Beispiel können wir noch ein Ei reinkloppen. Oder wir ballern hier vielleicht sogar nochmal was Käsiges mit rein. Den Schmelzkäsesnack zum Beispiel. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich mal das Ei mit rein. Einfach so ein bisschen für die Bindung halten. Und hauen hier tatsächlich aus dem Kühlregal den Schmelzkäse auch noch mit rein. Heißt also relativ simpel alles. Aroma nehmen wir auch direkt vom Discounter. Von um die Ecke. Hier haben wir noch ein bisschen Sonnenblumenöl. All den Rind damit. So, das Ganze. Basis. Carb. Und anfälligen. Nochmal einen Namen geben, damit wir es auch gleich wiederfinden. Zack. Hergestellt. Hier lüpt das Ganze auch schon. Und wir haben hier auf dem Mais. Jawohl. Ein bisschen was Dickeres dran. Das freut natürlich. Theoretisch, wenn es jetzt dunkel ist. Und ich bin hier eh am Rumsuchen. Schmeiße ich natürlich dann. Schmeiße ich dann natürlich auch gerne Würmern rein. Wenn es jetzt Abend ist und Nacht wird. Und man steht hier eh ein bisschen länger. Dann natürlich auch gerne mal versuchen, ob nicht dann ab und zu mal ein Aal geht. So. Jetzt sind wir hier auf 17 Meter. Jetzt versuchen wir uns einen gemeinsamen Spot irgendwie zu merken. Ich glaube, ich habe die 17 Meter noch nicht mal so ganz erreicht. Ich baue jetzt gerade um. Mit der Futter mische. Baue jetzt hier quasi das Blei ab. Ich bin ja hier auf der Inline-Montage. Aber es funktioniert eben auch mit der Patanoster-Montage. Schlaufenmontage. Immer eine gute Montage. Ich werde da irgendwann auch mal wieder auf Schlaufe skillen. Im Moment bin ich halt auf Inline noch geskillt. Wird sich aber auch irgendwann ändern. Also Schlaufe immer top. Dann Basis Carp. Auf Mais. Vierer Haken. Lassen wir erstmal so wie es ist. Was hatten wir gesagt? Auch hier 17 Meter. Wir hatten... Ich habe als Ziel da hinten diese offenen Flächen. Und werfe auch da... Zack. Bis da vorne hin. Ist glaube ich knapp 17. Ich glaube es sind... Den hätte ich jetzt vielleicht nochmal beißen lassen können. Da hat ja einer dran rumgezuppelt. So, der nächste. Auch hier wieder der Umbau. Futterkorb. Basis. Da ist es. Karpfenmische. Und... Auf... Ich glaube es sind 15 Meter da. Wir machen das jetzt nochmal. Bis halb. Noch nicht einmal 15. Aber ich schmeiße jetzt noch dreimal hier aus. Das heißt wir haben jetzt hier an der Stelle... Dreimal... Futtermische. Viermal Futtermische. Und so weiter. Die Futtermische mit... Wenn man mit 10 Bällchen ausgeworfen hat... Hat man quasi erstmal die maximale Lockwirkung. Bei einer sehr guten Futtermische. Das heißt... Wenn ihr Futtermische anfangt zu skillen. Ruhig relativ früh. Ihr habt anfangs... Wenn ihr die ersten paar Level gemacht habt... Habt ihr eigentlich ein paar Skillpunkte übrig. Könnt hier schnell in die Angelfuttermische skillen. Dass ihr eine Qualität 10 von 10 herstellen könnt. Ich werfe jetzt noch zweimal aus an die gleiche Stelle. Und dann gucken wir mal was noch geht. So. Und wieder raus. Und neu. Ja und das Ganze geht natürlich... Immer wieder und immer wieder. Das heißt... Wenn das jetzt hier an der Stelle... Gleich nicht so super funktioniert. Selbst mit Futtermische. Und mit diesen verschiedenen... Ködern. Dann heißt es einfach... Einen neuen Spot suchen. Aber das ist halt dann... Aktiv versuchen... Irgendetwas... Tja... Irgendetwas anzustellen... Dass man die Fische bekommt. Warum macht man den Kescher so voll? Warum sieht mein Kescher nie so voll aus? Warum fange ich hier in 4 Stunden... Nur 12 Fische? Das ist bestimmt nicht aktiv... Immer irgendwie nach Fisch suchen. Sondern ich habe gehört... Da soll was laufen. Und das funktioniert halt nicht beim Angeln. Also... Ich habe auch gehört... Hier soll was laufen. Denn hier läuft immer was. Ist halt ein ganz geiler Spot. Und deswegen stehe ich hier... Und teste das. So. Jetzt einfach wie gesagt... Mit diesen Basisködern... Auch einfach mal probieren. Wenn ihr natürlich Boilies verwenden könnt... Geht hier hin... Schmeißt die Boilies raus. Immer auch da mal... Einfach nur testen anfangs. Gar nicht mit Futter mische direkt... Oder mit PVA direkt reinballern. Sondern auch da erstmal gucken... Wie ist das Wetter? Zählt auch für Boilies. Wie ist das Wetter? Ist es warm? Ist es kalt? Regnerisch? Und so weiter. Reagiert der Fisch... Gerade eher auf süß... Oder auf würzig? Oder ist es halt eher grün... Und grasig? Oder fischig? All diese Komponenten... Sind halt super wichtig. Zählt auch für die Karpfenangler... Die halt mit Boilies unterwegs sind. So. Zack. Und weiter geht's. Ja. Und wie gesagt... Diese Testerei... Und wenn man dann halt weiß... Okay. Heute ballert es hier auf Erdbeere rein. Oder heute geht es dann eher auf Gewürz... Oder auf Frühlingskräuter. Dann passt man eben dementsprechend... Die Futtermische an. Oder das PVA an. Nimmt dann da Komponenten mit rein... Die das alles mit ergänzen. Und dann kann man auch richtig Gas geben. Ja. Wie gerade schon gesagt... Wenn das hier jetzt an der Stelle... Nicht wirklich befriedigend ist... Geht es weiter. Allerdings... Jetzt wo ich Futtermische draußen habe... Werde ich natürlich auch noch... Eine ganze Zeit länger hier rumprobieren. Ähm... Das ist ja hier ein Bereich... Also da vorne liegt es ja jetzt gerade. Und wie gesagt... Der nächste ist dann für mich eigentlich hier. Der Bereich. Wobei es... Das ist dann auch wieder wetterabhängig. Das ist für mich hier eher so eine ganz warme Stelle auch. Ähm... Wenn es halt wirklich heiß ist... Weil es da vorne nochmal flacher ist. Und ähm... Wenn es dann wirklich warm ist... Dass wir dann... Da vielleicht die Amure in diesem flachen Bereich kriegen. Und ansonsten kann man natürlich vielleicht auch hier... In dem Bereich auch nochmal rumprobieren. Das heißt... Wenn man sich so in diese Richtung aus... Ja... In diese Richtung ausrichtet... Und dann auch nur so bis zur Hälfte wirft... Auch das kann halt gut funktionieren. Wenn es halt mal ein bisschen kälter wird. Joa... Das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Zum anfänglichen Rumgeteste und Rumgespiele an der alten Festung. Köder anpassen. Oder Köder einfach mal auch die Basics verwenden. Auch die Teige verwenden. Ähm... Wie auch schon im letzten Video hier auf dem Kanal von der alten Festung. Da stand ich ja hier oben auf Schleie. Äh... Hat super funktioniert mit den Schleien. Ich stand jetzt die Tage auch wieder da. Hab da einfach mit Mistwurm geangelt. Sensationell mit Mistwurm. Alter hat das gut funktioniert. Karauschen, Giebel sind reingegangen auf Quarkteich. Quarkteich lohnt sich auch richtig. Ballert auch gut rein. Ähm... Schleien sind natürlich reingeballert. Fast keine Amure. Ich glaube ich hatte in der ganzen Zeit einen kleinen Amur noch dran. Und ähm... Und ein Aal. Sogar ein Aal ist mit reingegangen. Mit 1,5 Kilo. Ein schönes Gerät. Knapp 20, 27 Silber oder sowas. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Und da macht dann das Aalangeln eben auch Sinn. Aalangeln in Anführungszeichen. Denn der Aal war einfach nur Beifang. Geiler Beifang. So. Petri-Ellümmels. Raus mit den Ruten. Einfach mal hier ins Obst- und Gemüseregal reingreifen. So ein paar Basics testen. Denn auch die funktionieren. Bis zum nächsten Video. Oder den Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Das war's mir vor. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.